Wenn es Dich interessiert, wie man den Ischias wegzaubert, dann bleib bis zum Schluss dran. Hallo, da ist wieder der Rudi Strehle, zurück aus dem Urlaub. Bevor ich es wieder vergiss, wenn Du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann lass doch ein Abo da. Ich war jetzt in Badischl und in Badischl habe ich gedankt. Wie meine Zuschauer wissen, bin ich ein Mensch, der jeden Menschen von der Schmerz-Weck-Weck-Methode von Emil Kueh erzählt. So auch jetzt im Urlaub. Da war ich Danken und auf der Dankstelle erzählte ich der Kassiererin die Geschichte über die Schmerz-Weck-Weck-Methode und auf einmal sagt sie, gut, dass Sie da sind. Mein Kollege, und sie deutet auf ihn, hat Schmerzen. Ich bin gleich zum Kollegen hin und habe ihn gefragt, was er hat. Er sagt Ischias-Schmerzen. Dann sage ich daraufhin, kein Problem, weil Ischias-Schmerzen sind für mich wirklich kein Problem. Die habe ich wirklich binnen drei Minuten bei jedem Menschen weg. Nun bin ich mit diesem Menschen vor die Tür gegangen, weil in diesem Kiosk drinnen, da wäre es recht laut, gegangen und dann habe ich draußen mit ihm die Kur-Übungen gemacht. Und zwar wieder. Ich habe ihn einen Punkt anstarren lassen. Dann hat er müssen alles fest anspannen und hat dabei mitsprechen müssen. Fest, fest, fest. Und wie wir mit dem Anspannen vorbei waren, habe ich ihm die Schmerzen dort weg, 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 weg geschickt, was ich gehabt habe. Und dann musste er auf den Stand gehen und die Beine immer höher heben. Und zum Schluss ließ ich ihn auf der Tankstelle hinter mir herinnern. Schade, dass das nicht gefilmt worden ist, weil es wurde mir gesagt, das war Filmreif. Das war's für heute. Bis bald.